Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mit zwei Themen gepackt. Zum einen, drei Bundesligisten haben Interesse an Kovnatski. Es wird sogar davon geschrieben, also das ist das Originalzitat, drei Bundesliga-Angebote für Kovnatski. Es wurden Angebote hinterlegt und bei Raphael Boree wissen wir jetzt zumindest, oder was heißt wissen wir, das ist das, was geschrieben wird. Das wäre da wohl zwei Millionen verlangt für diesen Leihabbruch, Thematik etc. Wir gehen gleich näher drauf ein. Freunde, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr direkt zu Beginn einmal ein Däumchen nach oben dalassen würdet. Kurz nochmal als Notiz. Ja, ich weiß, gestern war die Videokalität nicht höher, aber ich muss es ja testen. Ich kann es leider immer erst im Upload testen. Das heißt, leider heute wieder die Frage, ist heute die Videokalität höher? Aber ich weiß es nicht. Eigentlich nehme ich in 4K auf und in 60 FPS. Mal schauen, ob das diesmal so funktioniert. Ich habe das eigentlich geupdatet alles, aber ja, wäre natürlich dann auch schön, wenn es so angenommen wird und dann schauen wir mal. Also schreibt es doch gerne mal rein. Knutsch auch schon mal vor mir für die Rückmeldung. Dankeschön. So, wir gehen jetzt erstmal drauf ein, auf die zwei Thematiken. Boré übrigens, das mit den zwei Millionen, das kam gestern schon als News raus. Ich habe es aber bewusst nicht als Einzelupdate genommen, weil sonst bei Boré, dann reden wir jedes, also da waren wir gefühlt drei Updates am Tag. Das ist ja so schon eigentlich fast ein Update am Tag bei Raphael Boré. Das ist natürlich eine Thematik, die sich ein bisschen länger zieht. Auch zum Thema Alario sage ich gleich nochmal was, in Verbindung mit Boré. Okay, machen wir gleich separat Richtung Ende des Videos. Das heißt, für die Leute, die nur über Kovnatski was hören wollen, das ist jetzt am Anfang des Videos und danach reden wir über Boré. Weil ich da auch weiß, manche wollen auch gerne erst wieder bei Boré was hören, wenn was fix ist. Mir persönlich wäre es auch lieb, wenn das jetzt zeitnah passiert, dass etwas dann fix ist. Egal in welche Richtung, aber auch, ja. So, das heißt, wir fangen an mit David Kovnatski. So, und da sehen wir diese Artikel hier. Ohne Scorer seid Wechsel. Bild, also Bildquelle, drei Bundesliga-Angebote für Kovnatski. Werder schließt Abgang aus. So, Zitat. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten im Offensivbereich qualitativ bereichern wird, sagte Clemens Fritz. Es gibt aktuell wohl drei Angebote für Kovnatski und die sollen wohl in den unteren Regionen der Tabelle sich befinden. Also direkte Konkurrenz. Im Sommer waren folgende Erstligisten an ihm dran. Hoffenheim, Union Berlin, Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Wer jetzt genau an ihm dran ist oder wer auch da Interesse entgelegt hat, das ist noch nicht bekannt. Wenn man aber sagt, okay, die sind im Mittelfeld oder auch im unteren Mittelfeld, dann kann man ja auch auf die Tabelle schauen und sieht, wer da eventuell in Frage kommt. Man kann sich auch vorstellen, dass manche Vereine ihn vielleicht als Leihkandidat als Verstärkung haben wollen würden. Vielleicht auch Darmstadt. Wenn Köln nicht die Transfersperre hätte, hätte ich auch safe Köln gesagt, weil die ein Megaproblem haben, Tore zu erzielen. Und man traut das Herr Kovnatski schon zu. Trotzdessen sagt Werder von vornherein, ja, es gibt diese drei Angebote, aber wir haben keine Absicht, den Abzug geben. Jetzt wissen wir natürlich, Völkug haben wir das Gleiche gesagt, bei Boree haben wir das Gleiche gesagt. In den letzten Jahren hat man das Gefühl 100 Ball gehört. Und das ist natürlich alles auch immer ein Stück weit Taktik auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bei Kovnatski, da müssen wir auch ganz realistisch sein. Wenn Boree geht, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man Kovnatski abgibt. Auch wenn man einen Ersatz noch holt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Kovnatski dann abgeben würde. Also ich glaube, dass er dann in der Wichtigkeit auch steigen würde. Darf mal ab, glaube ich sowieso, dass wir den Dreiersturm, den wir Richtung Ende der Saison vermehrt gesehen haben, auch, also beziehungsweise nicht, ja doch, wir wurden ja ab und zu mal bei den Wechseln schon, aber gerade beim Leipzig-Spiel, diese Variante, die glaube ich, werden wir häufiger sehen. Und insofern glaube ich nicht, dass man einen Kovnatski ziehen lassen würde. Gerade nicht, also wenn Boree geht, wenn Boree bleiben würde, dann würde ich es nicht ausschließen, dass man vielleicht Kovnatski abgeben würde, wenn der eventuelle Ersatz, beziehungsweise der Plan vom Trainer stimmt oder beziehungsweise so funktionieren kann. Das steht natürlich noch ein bisschen in den Sternen. Unser aktueller Stand ist also bei Kovnatski, ja, es gibt Angebote und ja, Werder hat diese auch erhalten. Also es ist nicht nur Interesse irgendwie beim Berater, sondern es gibt auch konkrete Angebote bei Werder. Aber man hat aktuell keine Absicht, Kovnatski abzugeben. Das auf jeden Fall dazu. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema und zwar Raphael Boree, der jetzt praktisch wieder ein Update sozusagen bekommen hat und zwar seitens Werder. Ihr könnt ja gerne natürlich auch reinschreiben, was ihr auch zu Kovnatski sagt. Und zwar geht es jetzt weiter mit Boree. Acht Millionen Marktwert hat er. Werder hat, also es war ja die ganze Zeit so ein bisschen mit Fragezeichen, wie das aussieht bei Raphael Boree, ab wann würde man ihn denn ziehen lassen? Ganz am Anfang hat man ja gesagt, man würde ihn gar nicht ziehen lassen. Wir haben keinen Absicht, ihn abzugeben. Eigentlich ähnlich wie bei Kovnatski. Und dann ging ja die Gerüche, ganz am Anfang hat man ja sogar erstmal alles dementiert gehabt. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Jetzt mittlerweile heißt es, bei wohl zwei Millionen um den Dreh würde Werder Boree ziehen lassen. SC Internationale hat das Angebot ja schon erhöht gehabt. Da sind wir bei sechseinhalb Millionen für Frankfurt. Das heißt, viereinhalb hätten die selber zwei Millionen Werder. Das glaube ich, wäre Frankfurt zu niedrig. Ich glaube, dass Frankfurt eher in so eine Richtung pokert. Sie selber fünf Millionen plus die Bonuszahlung, die eventuell kommen könnten. Und anderthalb Millionen für Werder. Ich glaube, dass man sich irgendwo da in diesen Regionen einigen wird. Weil da einfach auch, ja ich glaube, das Ding will man zu Ende bringen. Thema Alario, der ja mit reinkam. Es ist nicht so, dass man sich jetzt dafür entschieden hat, Alario zu verpflichten und Boree nicht. Sondern man will beide. Also der SC Internationale möchte gerne beide verpflichten. Und hier ist eine Sache ganz wichtig zu sagen. Die haben Anteile für die Fernseherberichterstattung etc. verkauft. Der SC Internationale. Das heißt, die haben auch Kohle. Also die haben sehr viel Geld jetzt eingenommen. Und sind eben bereit, dieses auch zum Teil auszugeben. Und ein Teil davon soll eben bei Alario und bei Boree landen. Boree soll wohl einen Vertrag winken von 13 Millionen. Also das ist natürlich auch krass. Heftig für mich war es in dem Sinne, weil ich ja vor ein paar Tagen noch gesagt habe, ich glaube nicht, dass Boree sich wegen dem Geld entscheiden würde, von Werder zu gehen. Sondern eher, weil er dann langfristig planen kann. Weil bei Werder ja das Problem ist, zum einen können wir ihn eigentlich nicht bezahlen. Also die Kauf, es gibt ja gar keine Kaufoptionen, diese Freiverhandlung. Wenn Frankfurt wirklich bei den 8 Millionen bleiben würde. Jetzt aktuell sind es bei 6,5. Aber auch das ist so eine Sache. Weil wir müssen natürlich immer Spieler holen, auch mit Wiederverkaufswert. Das kommt halt auch dazu. Und zum anderen kann ihm keiner sagen, wie lange er dann bei Bremen bleiben würde. So, wenn er jetzt zum Beispiel Sicherheit für die nächsten drei Jahre für ihn und seine Familie haben will, dann ist es natürlich interessanter, wenn das ein Verein bietet. Jetzt ist es so, ja, er würde auch eine Sicherheit haben. Ich glaube, einen Dreijahresvertrag bietet der SC International, der Boree. Aber er verdient halt eben auch 13 Millionen. Also es ist doch wieder auch ein Stück weit das Geld. Das hätte ich tatsächlich nicht so gedacht. Ich dachte schon, dass er natürlich da ganz gutes Geld verdient. Aber ich dachte eher, dass so die Hauptgrund ist, diese Sicherheit zu haben, sage ich mal. Ja, vielleicht habe ich mich da auch zu weit aus dem Fenster gedrängt. Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja gerne auch mal reinschreiben. Das ist auf jeden Fall so das, was man aktuell hört. Fakt ist, aktuell ist Boree noch da. Ja, er hat Training früher beendet gehabt. Aber aktuell, jetzt hier am Donnerstag, ist er noch da. Vielleicht ist auch, wenn das Video online kommt, reißt er schon ab. Da machen wir noch kein Update. Wir machen das nächste Update wieder, entweder bei dem nächsten Thema, so wie jetzt mit Kownazki, dann zusammen. Oder wenn halt wirklich was Finales. Oder wenn es in eine ganz andere Richtung geht. Aber nicht, wenn er jetzt zum Beispiel heute das Training wieder früher abbricht. Oder auf einmal, weiß ich nicht. Weißt du, das muss man dann schauen. Also ich versuche da auf jeden Fall schon, euch die Updates bei Boree zu geben, wenn es wirklich auch was zu sagen gibt. Jetzt wissen wir ungefähr mal eine Summe. Weil es ist ja mal ganz interessant, wo wer da eigentlich hinpokert. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr mögt, lasst gerne einen Donnerstag oben da. Sehr, sehr gerne ein Abo da. Wir sind ja weiter auf dem Weg zu den 24.000 Abonnenten im Jahr 2024. Passt ja. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer Reniko. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ciao, ciao.